He did everything right, now I'm on the outside Hey Leute, was geht? Freestyle DLP am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video Heute machen wir wieder mit Heroes of the Storm die Beta Und ja, direkt nach der anderen Aufnahme Wir spielen jetzt hier weiter, äh, Trainingsspielen Und ja, ich würde sagen, ab geht's Trainingsmodus Okay, ja, ich folge einfach mal dem Tutorial sozusagen Ist ja noch Tutorial, sag ich jetzt einfach mal Und dann, ja, versuchen wir mal das durchzuspielen Ich meine, ich spiele jetzt schon 20 Minuten oder länger halt Also halt 25 Minuten und ja Talent verfügbar, ja Ah, hier Okay Ich nehme jetzt einfach mal das Ja Okay, nice Ja Mit Q, W, E, R Q, W, E, R Fähigkeiten einsetzen Ah, okay Ist alles klar Dann machen wir jetzt nochmal eine Schlacht 4, 3, 2, 1 Und los Okay Und ich setze mich mal ab Nein, 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 nein Wir greifen erst an, wenn Ein paar unserer Diener kommen Wenn sie mal kommen würden Da sind's, okay Klar, mal enden Was muss, das muss Okay Okay, nice Oh, unsere Diener sind tot Aber da kommt direkt Verstärkung Und wir sind schon Level 2 Oder Stufe 2 Oh, ich drücke immer rechtsklickig, Idiot Okay Ach komm Du hast doch eh keine Chance Ah, ah Ich gehe lieber da hin Oh, ja, den hätten wir auch benutzen können Aber egal Okay Dann hoffen wir jetzt, dass wir dort vorbeikommen Talent verfügbar Verstärkt Regelmäßig Was ich mal schauen Was ich mal sagen Was ich mal sagen Was ich mal heilen What Okay, das ist nice Alter Wie nice Automatische Angriffe heilen Das ist nice Was ich mal Okay, also wie gesagt, sorry, dass ich recht wenig rede, aber ich bin gerade so fasziniert davon. Oh, wir haben Talent, okay, ähm, okay, dann scannen wir auf das. Und wir müssen mal langsam die killen. Nice, okay, endlich. Ja, jetzt wird's schwierig, jetzt müssen wir noch die alle wegmachen. Oh, 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 oh. Ich gehe lieber direkt zurück zur Basis B So Ja Okay Ähm, wo Ja, okay, wir heilen automatisch in der Basis, glaube ich Ah, wir, da sind es dann noch Ach, ich wollte gerade 3T machen, nicht so idiot Okay, Talent Äh, Angel, griff das der Luft ein Das könnten wir gar nicht wählen Deswegen müssen wir jetzt das, glaube ich, wählen Ah, ja, auch, das ist doch nice Okay, das war wirklich nice Okay, 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 ich muss die 3T weg Ja, ich gehe jetzt nicht jedes Mal zur Basis Ein kleines Risiko muss man ja eingehen Scheiße Shit, 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 shit Jetzt muss ich's machen Ah, lass mich doch teleportieren Und Ja, geht doch Wir wägen jetzt Okay, gut Ach komm, das dauert doch so lange Yes Dings, aber das gehört halt dazu Komm, nehmen wir einfach Jetzt gehen wir jetzt mal auf diese Durchschlag Dings Okay Okay, damit haben wir's gekillt Ah, okay, ich muss zurück Okay Ich warte mal auf die Ja Komm, machen wir jetzt einfach mal Okay Okay Sehr nice Wir sind eindeutig im Vorteil Ich hoffe einfach, dass wir jetzt Das Ganze auch machen Und Ja, da hast du keinen Schutz mehr Bist ein Talent Bist ein Talent Äh Fügt eingeschränkt Die zusätzlichen Schatten So wie es Ja Komm, wir skillen uns einfach mal auf die Money Oh Oh, das ist eigentlich das Falsche Eigentlich müssen wir von unten rein Aber egal Besiegt Söldler, damit sie sich euch anschließen Söldler haben verschiedene Schwierigkeiten Okay, machen wir das Okay, sehr nice Schnell weg Lasst mich leben Ach komm, wir benutzen es einfach Ich hab keinen Bock mehr Auf dieses lange Rumgefurdel Ähm Und Den auch weg Doppelkill Ah Nein, 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 nein Okay Okay, gut Das muss, das muss Ja Ah Ah Hilfe Oh, nein Talent Möchtest du Ja, das können wir nur auswählen Sieht gleich viel besser aus Und wir sind schon Level 20 Ah, okay Äh, sehr nice Ah Hilfe, 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 Hilfe Okay Nice Wir haben eine Heal bekommen Woher auch immer Ja Das war jetzt sinnvoll eingesetzt Haufe ich mal Und ja Bald müssen wir durch sein Die Kämpfe dauern halt länger Ist halt immer Geduld Ja, das ist jetzt der Finale Dings, glaube ich Also das, was wir Zerstören müssen Ja Sind alles schlecht Alle sind einfach schlecht 20 Kills Held des Sturms Nice Oh Yeah Gewonnen Das werde ich Nice, nice Jedes Schlachtfeld Wird von einem mächtigen Herrscher kontrolliert Der die Helden in legendären Ereignissen Gegeneinander antreten lässt Okay Ah, hier Klar Das sind halt die Helden Also mit Helden Und so kenne ich mich schon aus Rumpensuche Hier ist bald live Rumpensuche Im Shop Ja Das halt hier mit Echtgeld Äh Ausprobieren In Talente Ja Momentan gibt es hier, glaube ich Gibt es hier nur einen? Lol Ich glaube momentan vielleicht auch nur Ich weiß nicht Klicke mal auf Ausprobieren Vielleicht können wir das ja Ne, da können wir die nur testen Sozusagen, glaube ich Okay Er spielt mit Mächten Die ihr nicht vergreift Ah, hier können wir die mal testen Das finde ich sehr gut gemacht Das finde ich gut gemacht Okay Nice Stufe erhöhen Stufe erhöhen Ja, ich mache jetzt mal auf Max Dann probieren wir die einfach mal aus Das finde ich ganz geil gemacht Frag sich was Max ist Okay Lassen wir uns einfach mal hier Die Reichweite von Jetzt gehen wir einfach mal auf Aus Okay Habe ich jetzt einfach mal auf Was geskillt Ich möchte mal Einfach mal ausprobieren Und ja Probieren wir einfach mal aus Was jetzt So kommt Oha Okay Die macht ordentlich was Okay Okay Nice Alter Die ist nice Okay Ja also Die ist nice Äh Ja Verlassen wir mal Ich wollte hier jetzt einfach nur ganz kurz testen Fragt mich nicht warum Ja Natürlich würde ich jetzt kein Geld dafür ausgeben Ich weiß gar nicht ob man das überhaupt kann Bestätigungsoption Ja man könnte es wahrscheinlich Aber das ist ja nur eine Beta Ah hier sind auch noch andere Ich wollte mir gerade schon Ich wollte gerade schon sagen Ja hier zum Beispiel Kann man sich was kaufen Acht Helden So viel Finde ich ganz nice Ich weiß nicht Also das Dieses Verlangen ist so groß Mir irgendwie was zu kaufen Aber Naja Ich finde es aber nice Dass man die Sachen immer ausprobieren kann Ich hoffe dass es auch so Später gemacht Liegender Teppich Ah die kosten alle Geld Paketangebote Eins aus WoW dabei So Meere aus WoW Ja Das kostet zum Beispiel nur 5 Euro Sind 3 Helden und 1 Reiz hierbei Da fragt man sich Ob man da vielleicht mal Diese 5 Euro ausgibt Ich weiß nicht ob man Ob das nach der Beta Trotzdem Der Account gespeichert ist Wohin anglicken Um deinen Helden zu wechseln Habe ich überhaupt noch andere Helden Ich glaube den Den und den oder wie Die kann man Ne Heavy Ja anscheinend haben wir die War die noch nicht Aha Und die Anscheinend haben wir hier alle Die hier aufgelistet sind Außer Also Halt haben wir alle Außer die hier aufgelistet sind Aber nicht die Okay Was nehmen wir denn dann mal Äh Die Abo wäre mega nice Wenn man den hätte Ähm Ich glaube dann nehme ich einfach mal Den Krieger hier Bereit Okay dann Müssten wir jetzt anscheinend Noch ein Spiel machen Das wollte ich jetzt eigentlich Gar nicht direkt Starten Deswegen sage ich Machen wir das in der nächsten Folge Ich klicke gleich auf Pause Könnt ihr das eben gucken Ja Ganz nice Beta Steht hier unten auch immer noch schön Damit man es auch weiß Okay Die Grafik liegt jetzt daran Dass das nur nicht hier runterlern ist Ja Aber eigentlich müsste es schon geladen sein Okay Cool Ja also Also Dann äh Verlasse ich das Game jetzt mal Wir sind ja im Prinzip aus dem Tutorial raus Denke ich mal Verlassen Ja Lol Ja Ich will ja kein Spiel Okay Jetzt habe ich Jetzt habe ich das Spiel beendet Ja dann Dankeschön für Jes Im Ja Ja